Hallo zusammen und willkommen zu Ghost Control Inc, ein doch sehr lustiges Spiel, das ich gerade gefunden habe. Es ist eine Mischung aus XCOM meets Ghostbuster meets Wirtschaftssimulationen, würde ich so sagen. Also es schreit zumindest alles nach Ghostbustern, was die Strahlen angeht und die Fallen und die Kontaminationskammer, die es da gibt im Lager und die Autos. Das ist auf ein neues Spiel. Stadtauswahl gibt es momentan nur London, da soll aber bald noch was dazukommen, also Köln soll glaube ich noch kommen und Paris. Das ganze Spiel ist übrigens momentan auf Greenlight, wenn ihr das unterstützen wollt, da schön Daumen hoch und es gibt schon auf der Entwicklerseite direkt zu kaufen. Links alles unten in der Beschreibung. Aber jetzt, wir sollen unseren ersten Mitarbeiter auswählen und da haben wir hier ein paar Gesichter, können uns auch noch random, das ist zur Hölle. Können uns aber noch random andere generieren lassen. Der Affe dazwischen war sehr irritierend. Das ist schon mal ein interessanter Gesichtsgenerator. Der wird ja schon fast passen. Ne, haben wir irgendwo noch Affen? Ne, kein Affe mehr. Das war echt ein Gimmick für zwischendurch. Okay. Der sieht, naja, lächelt zu viel. Ne, komm. Ah, da ist der Affe. Herr Kaschke. Nein, wir spielen nicht Herr Kaschke. Gordon Shumway. Oh, der Name sagt mir was. Also Gordon von Half-Life, aber Shumway sagt mir auch irgendwas. Tom Wupp. Fertilizer. Wir spielen den Fertilizer. Schwierigkeitsgrad normal. Okay, weiter. So, 19. Januar, 7.58 Uhr. Hier unten ist unser Fertilizer. Und das ist unsere Garage. Erinnert so ein kleines bisschen an GameDev Tycoon. Von der Aufmachung her. Und das ganze Spiel ist richtig schön pixellig im Retro-Stil. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ein Klick auf das Auto erlaubt es dir, Ausrüstung und Geisterfänger dort hin und hinaus zu bewegen, um deine Mitarbeiter auszurüsten. Okay. Dein Schreibtisch gibt dir Einblick in dein Team und den Geistfängermarkt. Hier kannst du Teammitglieder einstellen und feuern. Klick auf das Garagenturm, um das Hauquartier zu verlassen. Dein laufendes Spiel kannst du im Save speichern. Okay. Nachrichten. Die Temse leuchtet nachts. Naja. Also ähnlich wie bei den Ghostbustern fängt die Welt halt hier gerade an, aus den Fugen zu geraten. Und es ist an uns und unserer Kontaminationskammer. Wie heißt das Ding eigentlich? Ektoplasma im Geistertank. Also da kommen später die Geister rein. Und wir laufen halt mit unseren Staubsaugern los und versuchen Geister zu fangen. Und das ist unser Job. Dafür werden bezahlt. Wir haben 500 Pfund und die sind auch recht schnell weg. Hier steht nämlich in sieben Tagen haben wir noch 250 Pfund. Also Geld ist ein recht wichtiger Faktor. Wir müssen auch unseren Tank bezahlen von unserem Wagen. Allgemein können wir auch einen besseren Wagen kaufen. Und zwar auch einen, der wirklich wie das mobil aussieht von den Geisterjägern. Ist schon recht cool gemacht. Aber ja. Jetzt erst mal am Anfang haben wir nicht so wirklich viel Geld. Deswegen machen wir unseren ersten Auftrag. Also raus hier. Eingehender Anruf. Annehmen. Danke, dass du dich entschieden hast, eine Filiale der Ghost Control Inc. zu übernehmen. Zu Beginn wollen wir dir eine kurze Einführung geben. Okay, was muss ich machen? Weiterklicken. Wir sollen zum Geist fahren. Das ist jetzt die Übersichtskarte. Gibt also mehrere Sachen, wo man Gegenstände kaufen kann. Treibstoff kaufen, ins Krankenhaus und so weiter. Aber es gibt auch feindliche Teams quasi. Die laufen auch los und machen auch Aufträge. Und schnappen einem damit quasi das Geld weg. So, rüste dein Team aus und los geht's. Also, Fertilizer. Du bekommst einen Modified Vacuum Cleaner. Also einen modifizierten Staubsauger. In die eine Hand. Und einen Ghoster. Dies ist kein umgebauter Radiotoaster. Damit können wir Geister fangen. Los geht's. Mit Hilfe der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand kannst du deine Aktion wählen. Also hier oben. Bitte wähle Bewegen und Schießen aus. Klick. Das leuchtende Bodenfeld zeigt den Aktionsradius für die aktuelle Aktion an. Also wir können uns innerhalb von diesem Gebiet bewegen. Da hinten. Ein Geisterfänger hat zwei Aktionspunkte pro Runde. Einige Aktionen bewegen, verbrauchen AP. Die blinkenden roten Symbole über dem Porträt. Das da. Zeigen die verbleibenden AP an. Bitte bewegt dich zum markierten Feld. Wähle das Türsymbol in der Auktionsleiste. Aha. Du hast noch Bewegungspunkte über. Bewege dich auf dem markierten Feld. Klick. Wenn der Geisterfänger auf einem Türfeld steht, kann er das Licht im Raum mit Hilfe der Lichtaktion an- und ausschalten. Und unser erster Geist. Wer verdächtig aussieht, wirst du komischer Tutorialmann. Du hast keine Aktionsmodelle mehr zur Verfügung. Beende diese Runde, indem du die Runde beenden drückst. Klick. Der Poltergeist hat eine Kiste zerstört und damit die Schadensanzeige am rechten Bildschirmrand aufgefüllt. Ja, das finde ich ein sehr interessantes Feature. Also wenn wir jetzt hier rein stürmen, die Tür auftreten und rumballern wie wild, dann gehen halt auch Sachen zu Bruch. Was wahrscheinlich später bei den etwas dickeren Strahlen problematisch sein würde. Stichwort Strahlenkreuze und so. Und das kostet halt Geld. Aber gut. Wenn diese komplett gefüllt ist, scheitert eine aktuelle Mission. Ja, und wenn sie zur Hälfte gefüllt ist, verdienen wir fast kein Geld mehr. Halte die Maus über den Geist und schieße, um ihn zu schwächen. Tipp, Geister müssen mit Schüssen geschwächt und anschließend mit einer Falle eingefangen werden. Ja, ich habe alle Ghostbuster-Teile geguckt, das müsst ihr mir nicht sagen. Du hast daneben geschossen. Und Schaden verursacht. Wir haben noch Aktionspunkte, also nochmal. Die Wand ist gleich weg. So, ha, geschwächt. Stelle immer sicher, dass deine Geisterfänger Fallen bei sich tragen, bevor du sie auf eine Mission legst. Bitte wähle jetzt das Fallenlegen-Symbol, das da, und lege anschließend eine Falle unter den Geist, um ihn zu fangen. Ja, da. Mit dieser Falle kriegen wir sie. Jede Falle kann eine gewisse Anzahl Geister fangen und wird automatisch bei Rückkehr in die Zentrale gebracht. Viel Spaß, das war die Einführung. Von mir aus können wir jetzt jederzeit gehen. Wir haben einen Geist gefangen. Wir haben 84 Pfund bekommen. 4 Pfund Schaden. Das heißt insgesamt 80 Pfund. Nicht so wirklich viel. Na gut. Tutorial abgeschlossen. So. Jetzt könnten wir zurück ins HQ oder wir könnten Treibstoff kaufen gehen. Haben wir schon was verbraucht? Nicht wirklich. Der Preis liegt bei 5 Pfund 91 pro Liter. Es wäre interessant, wenn selbst die Spritpreise hier zwischendurch anders wären. Na gut. Einmal da hin und schon wieder ein Anruf. Plötzlich wurde es in meiner Küche wirklich geil. Auftrag annehmen oder auflegen? Das ist auch. Es könnten Anrufe kommen, die nicht wirklich Aufträge sind. Und dann würden wir halt Zeit verschwenden. Aber wenn er sagt wirklich kalt, dann ist es wahrscheinlich ein Geist. Also Auftrag annehmen. Jetzt müsste hier irgendwo ein Geist-Symbol sein. Genau da. Und da fahren wir jetzt hin. Und zwar hoffentlich bevor die Jungs oder die Jungs da auftauchen. So. Ja, schaut gut aus. Ne, auflegen. Und die eine Falle ist noch voll, oder? Ich glaube ja. Also in einer Falle ist schon ein Geist drin. Das könnte eng werden. Seid gegrüßt. Der Geister-Ausradierer ist gekommen. So. Das ist jetzt schon etwas komplizierter. Weil es halt keine Tutorial-Mission mehr ist. Äh, Fertilizer. Wir sind Anführer. Geistes-Zustand 34 von 34. Wenn wir von Geisten nämlich überrascht werden, angegriffen werden, verlieren wir Geistes-Zustand und drehen irgendwann durch. Sollten wir halt vorsichtig mit sein. Moral ist soweit auch noch okay. Gut. Also Schritt für Schritt. Jede Kämmerlein durchsuchen. Klick. Da ist eine Mona Lisa in der Küche. Okay. Tür auf. Kein Geist. Keine Bewegungspunkte. Okay, Ende der Runde. Sie hat am Telefon gesagt, in der Küche ist es wirklich kalt. Küche ist da oben. Da unten ist ein Badezimmer. Oh, ein Slimer-Geist. Piu. Äh, keine Punkte mehr. So, der kommt jetzt auf uns zu und will uns gleich voll slimen. Brutze. Ziel für ist, oh. Brutze. Oh, jetzt ist er dran. Der grüne Balken über deinem aktuell ausgewählten Geisterfänger zahlt seinen Geistes-Zustand. Geisterangreife können bei einem Jäger Panik verursachen. Aber keine Sorge, in der nächsten Mission ist er wieder dabei. Das heißt, wenn sie zu viel Panik haben, verlassen sie wohl die Karte. Da wir momentan nur einen Jäger haben, wäre das ganz schön unpraktisch. Aber später bei mehreren passt das wohl. Wie viel hast du noch? Zwei Energie hast du. Wir müssen ihn auf einen runterbekommen, glaube ich. Und dann die Falle schmeißen. So, eine runter. Falle. Ein geschwächter Geist muss auf einer Falle stehen, damit er gefangen werden kann. Da die Reichweite der Fallen zu Beginn des Spiels sehr begrenzt ist. Du kannst weitere Fallen über einen Klick auf das Portrait des Jägers oder Taste I verwenden. Okay. Also Falle ist unter ihm. Das wir drücken jetzt Ende der Runde. Dann müsste er eingefangen werden. Und wenn er am Ende der Runde auf unserer Falle ist, wird das Ding aktiviert. Eins, zwei, drei. Es ist vorbei. Ja gut. Allerdings haben wir jetzt keine Falle mehr. Also drücken wir I. Und schieben die Falle dahin. In unsere Hand. Weil das Ding halt voll ist. Verbleibende Kapazität 0 von 2. Das muss also in den Geister tanken, wenn wir nachher wieder in der Basis sind. Aber erstmal Slimer finden. Oh, da ist ein Poltergeist. Keine Aktionspunkte mehr. Mit Shift kann man übrigens die Umgebung ausblenden. Gerade um sowas schnell zu sehen. Britzel. Britzel. Jetzt nur der heiße Draht. Oh. Britzel. So, wir bräuchten jetzt eigentlich die Falle, aber wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Jetzt aber. Falle legen. Dahin. Wenn. Eingefangen. Sehr gut. Plus ein Moral. Ah, sehr schön. Also die Stats werden auch erhöht. Je nachdem, wie die in die Mission abschneiden. Keine Ahnung, müssen wir im Auge halten. Ja, dann gratuliere. Du hast deinen ersten Einsatz erfolgreich gemeistert. Im Krankenhaus kannst du dein Team kurieren lassen. Anschließend solltest du zurück in die Zentrale fahren. Dort werden deine Fallen automatisch entleert. Weil wir haben nicht mehr wirklich viel Platz. Also wir könnten jetzt keine Mission annehmen. Vergessen. Nicht vergessen. Geisterfanger heilen und... Ne, 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 okay. Eingehender Anruf. Ne, ne, okay. Hier geht etwas Seltsames in meinem Fernseher vor. Nein, wir haben keine Zeit. Weil ich denke, wenn wir Aufträge annehmen, die wir dann nicht durchführen, kriegen wir Ärger. Also gehen wir uns erstmal heilen. Gehen wir in die Basis und dann schauen wir weiter. Verstand heilen. 60 Pfund. Na gut. Da unten tuckern wir in unserem kleinen Wagen. Ich will einen größeren Wagen. Vor allem ist der dann bestimmt auch schneller. Aber gut. Hier haben wir das HQ von... Ich glaube von unseren Feinden. Oh, wir können einen HQ kaufen. So ein besseres HQ. Das wäre auch eine Idee. Hier gibt es Ausrüstung. Da gibt es Ausrüstung. Zwei Tankstellen. Das war es bisher. Jetzt erstmal nach Hause. Klick. Gelehrte Fallen 2. Das heißt, wir haben jetzt hier drin Elektroplasma im Geistertank 3. Wir könnten alles verkaufen. Aber wenn das wirklich an Ghostbusters angelehnt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den Tank voll machen und überlaufen lassen. Deswegen was ganz Garstiges passiert. So a la Marshmallow Mann oder so. Wir müssen mal gucken. Erstmal haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Das heißt, ich würde gerne noch einen zweiten Geisterjäger anheuern. Nicht den Affen. In diesem Fenster kannst du Jäger anheuern und entlassen. Beim Einstellen eines Jägers wird ein einmaliger Betrag fällig. Alle Jäger in deinem Team bekommen ein monatliches Gehalt. Wobei ein Monat recht lang ist. Und hör auf, weiter zur Laufzeit. Halte die Maus über ein Petrie, um zu sehen, wie hoch das Gehalt ist. Alle 24 Stunden erscheint eine neue Liste an Jägern. Okay. Also wir haben jetzt einen Anführer. Das ist unser Ferdelizer. Und es gibt nur noch andere Klassen. Wie zum Beispiel er hier ist Schläger. Hat sehr viel Stärke. Du bist ein interessant aussehender Schläger. Du bist ein Anführer. Davon haben wir schon einen. Eine Wissenschaftlerin. War auch eine gutaussehende. Ich glaube, die nehmen wir. Und nennen sie Jenny. Ich glaube, so hieß die Telefonistin. Du. Anheuern. Ah ne, erstmal gucken, wie teuer du bist. Stopp, 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 stopp. So, wie teuer bist du? Bezahlung 100 Pfund. Erstgehalt 100 Pfund. Also das ist vollkommen okay. Wir machen mit einem Auftrag ziemlich viel Kohle. Also anheuern, ja. Vergiss nicht, deine neuen Geisterfänge auszurüsten. Stimmt. Haben wir da was? Klicke auf einen Geisterjäger, um seinen Innotat zu öffnen. Anschließend kannst du seine Ausrüstung ändern. Du hast genau die Sachen. Du bist Nakedai. Dann steigt mal Nakedai in den Wagen zu Fertilizer. Und wir fahren erstmal Ausrüstung kaufen. So ein Overall wäre vielleicht schon mal nicht schlecht. Äh, ja. Raus. Ausrüstung. Das sieht wie Ausrüstung aus. Okay, annehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017